Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Borderland 2 Ihr seid Saksi und wir spielen weiter Oh ne, äh, ja, 3 mal Rüssel reicht nicht so mehr als 2, 3, was bringt mir das an große Scheiss So, was machen wir jetzt, wir von, warte Die beste Mutter aller Zeiten, okay, jetzt weiß ich, was machen wir jetzt Ich muss mir Trisha besiegen Wir müssen hier Okay, wir sind unterwegs Wir sind in Netz gekommen, da wo sind die alle, äh, Stalker, genau die heißen Stalker Ach, wieso heißen sie, also weil wahrscheinlich Stalken immer So, nächster Ach, du Scherz, ja, Henry Wo ist er denn, da Ops Henry, komm her Ja, du bist brav Ja, du bist brav Oh ne Scheiss Ja, wenn nächst, wenn ihr stirbt Genau Genauso wie Henry Genau, der ist auch nicht Er will auch gleich verrecknen Henry, komm Hallo Hallo Bravo Du kannst, musst du dich nicht verpassen, gell Ich bin auch ganz lieber Ich würde hier nichts antun Siehst du, habe ich den nicht angemacht Ich habe ihn gekillt, ha So, cool, was haben wir da Oh, Waffen Kiste, oder Oh, toll Die ist auch toll Äh, nein Willst du mich verarschen? Boah Diese Stalker Ja Die wissen ganz genau, dass gegen mich haben die keine Chance Aber die können trotzdem geben ich Und das ist ein Schild Yay Welche ist schwächer, welche habe ich Yay Einen Arsch kann man verkaufen Einfach So Diese Mission haben wir ja schon Das war ziemlich schnell gegangen Äh Was haben wir noch da Machen wir die Warte Karte Okay Ich musste teleportieren Hm Äh Ich musste rausspringen So Hier Und wir beginnen uns im nächsten Gebiet gleich glaube ich Oh ne Socker sind auch schon bereit Zu kämpfen Wie ich sehe Hi Socker Kannst du verretten Dann Der Auch Können wir nicht verretten Okay Nächsten Oh Loll Jünger Was mir schreckt Puh Wo seid ihr Egal Scheißegal Musste ich Munizieren kaufen Gleich Sonst verrück ich Jetzt machen wir es klappt Jetzt machen wir es klappt Happy Happy Day Okay Schauen wir gleich wo das ist Den Den Gewitz Lassen wir Das war schon alle Missionen auf diesem Gebiet Vermutte ich Ich bin nicht so Also Was ich Was ich für unbedingt Kaufen Ist Muniz Genau Nein Nein Ja Nein Jetzt muss man kurz Vergleichen Leider Leute Aber ich So Waffen Auch Du scheiße Die Ist irgendwie besser Finde ich Weil Nach Lagen Ja So Genau Ich will mehr auf genauer Ich schaue ich So Statt Genau Äh Erste Ist ziemlich gut Wie hab ich gesehen Leer schon Okay Nehmen wir die Kack Scheiße Okay Sniper Kack Scheiße Okay Sniper Kack Kann ich vergessen So Jetzt Warte Ich will Ausprobieren Wie ist die Perfekt Besser Ich Verkaufe Ich Die Alle Yay Ich bin Millionär LOL Der gibt dem Filme lieber Diese Scheiße Okay Nehmen wir das Was haben wir da Das kann ich verkaufen Das kann ich auch Das Brauche ich nicht Das auch nicht Das Brauche ich nicht 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 Okay Passt Und jetzt Musen wir Dahin Oh Okay Bevor ich bin Ab dieser Gebiet Bin ich hier Vorbeigegangen Und Ah Ah Okay Jetzt weiß ich Die Trash Hab ich Ich glaube Ich Vor Zwei Drei Vier Folgen Erzähl Da unten Irgendwo Die Trash Musen Besiegen Oh Oh Keine Sorge über diese Gesteben Du auch Auf den Ernst Oh Oh Komm Sei nicht so feige Eingeal Ich glaube Ich gewinne sie nicht Ich bin scheiße Ich bin Du Ich bin Unfall Ich bin los Ich bin Ich bin dein Ja so werden die da kämpfen und ich werde abhauen nix ok ja ja nehmen wir die vorbeeren wir auf die kruise kann ja so happy du witterst sie nicht wahr das ist der duft eines jettelmanns ja ja witte witte oh hoch holen vielleicht Jawoll, der ist viel besser, den Feuerdokker, nehm ich, Pistole, Eridium, Sturmgewehr, okay, und Granate ist nicht besser, aber ja. Okay, die Mission haben wir ja schon erledigt, das war ziemlich schnell, ne, finde ich, und was ist uns noch übrig gegangen, ist, oh, langsam, wir sind schon Ende, ne, diese kann wir nicht machen, weil das ist auf Level 30, okay, nur eine Mission, zwei, äh, glaube, wir sind noch eine Mission, da machen wir Hauptmission, weil die andere Nebenmission ist, auf dieser, wo es Hauptmission fällt, ja, 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 komm hier. Und ich bin entspannt, wo muss ich diesmal gehen? Oh, perfekt, ich muss jetzt diesmal hier gehen, Auflook? So, Leute, ich werde sagen, das war's für diese Folge, und wir sehen uns nächstes Mal, Ciao!